Ja, schockhaft, du bist so ein Idiot. Nicht mal gern, hilfst du. Ja, die KI, die kennt. Und er ist dort geblieben. Es kommen alle auf mich wieder. Kommt doch, du bist so ein Schen... Schen ist einfach unfähig, mit mir zu kommen. Ich habe schon wieder so viel Leben verloren. Oh Gott. Lieber die Wassalien angreifen, wieso nicht? Die sind ja netter, bringen ja viel mehr, viel mehr Gold. Und so, ja, ja. Jetzt gehen sie wieder nach außen. Hey, in der Mitte der Lane wird angegriffen. Oh je, je, je. Ja, ich bin zu offensiv mit Timo, das stimmt. Aber ich spiele gerne offensiv. Und Timo kann man auch offensiv spielen. Man muss halt aufpassen. Hat dann halt ein bisschen mehr Tote, aber das macht nichts. Ich unterstütze das Team nicht so wie bei Ash. Und die ist schon sechsmal gestoppt. Alle in die Mitte, genau. Kommt alle in die Mitte. Die Wassalien... Ja, jetzt ist der Ash schon zum fünften. Oh, die ist dumm. Boah, ist der schnell. Oh. Wie schnell ist der? Ja, hau ab. Und die haut auch ab. Alle hauen nur ab. Boah. Wo seid ihr schon wieder? Alle am verteidigen. Dann greife ich halt alleine an. Ich werde die Gegend ausspielen. Jetzt greift an. Hilft mir doch. Oh, jetzt greifen sie unten an. Schon gaff, oben kommt einer. Aber das hört er ja nicht. Ja, Shane, jetzt musst du nicht auch nach oben kommen. So. Jetzt kommen langsam die Kays mit der Radballons-Tor selber, die mir gefehlt haben. Das hätte ich nicht genug Kays gehabt. Das ist alles so zäh. Ich sollte nicht im Feuer stehen bleiben. so dann gehe ich mal zurück ich habe alle außer 4ks selbst gemacht so nochmals eine oder machen wir auf dann noch leeren stab 70 fähigkeiten steckt magische schatten igniert 35% der margis ist nein nicht rilis kristallzepte oben zerstören machen wir auf oben zu stehen die greifen wieder natürlich nicht in der mitte durch verteidigen nicht in der musk mitte gehen wir mal zu gern und helfen dem herr 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 nein faszin hat es noch geschafft aber trotzdem ja und sie bekommen sie herr herr dann muss ich so lange warten boah macht ihr den turm langsam herr 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 einer stirbt hier einer mindestens einer stirbt hier greift doch ja greift beide anzen beide tanks herr 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 Da mach ich halt den Inhibitor, Inhibitor auch. Sie greift mich nicht an, jetzt greift sie mich an. Ihr habt einen Geh-Kiss. Nein, sie hat mich... Ah, du scheisse Inhibitor bist im Weg, ja. Hey, wie viel Kiss hat jetzt Lux? Elf Kiss! Okay, dann ist klar. Die Lux ist sehr OP durch den Strahl. Jetzt hat die mich schon dreimal mit dem Strahl getötet, glaube ich. Oh Gott. Der ist so extrem OP der Strahl. Ich würde mit Lux ungefähr 40 Kills machen, wenn ich AP spielen würde. Einfach angestärkt spielen würde ich ungefähr 40 Kills pro Profi-Match. Also Profi-Spieler, wo ich momentan spiele. Also gespielt habe. Okay, sieben sind schon ein bisschen fehl, aber... Ich kann nichts anderes, ich bin der Offensive. Und mich unterstützt ja niemand. Es sind mindestens zwei oder drei offensiv. Und die anderen sind defensiv. Oder heile Supporter, heisst das so. Also noch ein bisschen konzentrieren, dass wir nicht sterben. Fass Nice Draht Naja Du bist kassierig, das ist kein Stress? Du bist OFD für den Strahl. Einer? Das ist der Schuss braucht, aber was ist wichtig. Ja Das ist der Schuss auch schon sehr, wie das nicht. Einer ist. Überraschung der Strahl. Ja, ich mach Tötung. Und fertig. Ich mach jetzt nämlich fertig. Ich mach fertig. Ich mach fertig. Jetzt ist es fertig. So, danke schön fürs Zuschauen. Euch hat's hoffentlich Spass gemacht. Ich bin halt ein bisschen viel mal gestorben, aber hab auch viel Kiss gemacht. Ich zeig euch nachher noch kurz die Statistiken. Und ja, bis gleich. Ja, viel gibt es nicht. Sie sehen sind ja auch Bots gewesen. Also NPTs. Nur mich als Spieler wird angezeigt. Ja. 25,7,3. Kann sich sehen lassen. Ich könnte 0, äh, 25,0,3 könnte ich haben, aber wie gesagt, ich hab drei Monate lang nicht mehr gespielt. Und ja, hab mich jetzt zu Showzwecken halt ein bisschen zu offensiv verhalten, aber drei Unterstützungen, weil die nicht bei mir waren, natürlich, und ich nie bei ihnen. hab ich nur drei Unterstützungen, aber 25 Kiss. Das ist eigentlich sehr gut. Ja, beim Bots ist das nicht ganz so gut, aber das Spiel ging auch nicht lange. Da sind 25 Kiss eigentlich schon gut. bei Mark und Spiel, äh, Spielen, Profi-Spielen hatte ich nicht mal 10 Kiss, weil alle sich so extrem defensiv verhalten haben oder Charakter hatten, die, ähm, die fliehen können, immer wieder abhauen, schnell abhauen, wieder so Hit and Run machen. Und da hab ich eben manchmal nicht mehr als 10 Kiss, aber einen Durchschnitt hab ich schon noch für 15 Kiss pro Match. Weil ich halt immer offensiv spiele. So, ähm, heute Abend vielleicht nehme ich nochmal so ein Match auf, dann mit, mit Spielen, hoffentlich Profis. Dann gibt es etwas zum Aufregen, weil manche Spiele sind Level 3, sie können kein bisschen spielen, aber ich hoffe es nicht. Ich hoffe, ich habe ein gutes Team, sonst mache ich bald wieder Ranked Team, da sind meistens nur Profis drin. Jo, also bis heute Abend, ja. Und danke fürs Zuschauen, bis dann.